hallo und jetzt willkommen zu einer weiteren folge hier in king of beetle der real simulator ja unsere angestellte angestellt hin hat ja frei wir schicken die kann ja auch verkauf wir brauchen jetzt noch jemanden für den hallo ich komme da nicht weg leute ich hänge hier fest ich mache mal hier kurz ein cut weil ich bin da nicht weg gekommen ich lasse es jetzt von aufnahme drin also nicht wundern wenn es jetzt mal kurz im cut war aber ich kann da nicht mehr weg ich hing da fest ich weiß nicht was da los ist deswegen habt ihr habt ihr das jetzt gerade mal mitbekommen ich muss euch ehrlich sagen ich schaue mir die videos an ich schneide aber nicht warum weil das läuft ja eigentlich alles relativ gut ich habe jetzt denke ich mal den ton auch relativ gut eingestellt select das kurz okay genau die hat einen freien tag dann soll sie den freien tag haben wir gucken jetzt nach jemanden noch mal für wie heißt es für den verkauf wir nehmen normalen her damit das müssen ausgeglichen ist verkauf schlecht wiederbeschaffung schlecht kasse sehr gut ich brauche jemanden für den verkauf also ich kann niemanden gebrauchen der wie heißt es der zwar alles andere mal kürzere arbeitstage ja alter was war die denn jetzt von geiz halt ich habe hier so jetzt ist es weg hat was an der lippe offen jetzt haben wir noch drei leute also wenn die alle so einen krassen lohn haben wollen gut den können wir ja der ist in der kasse gut möchte mehr freie tage du kriegst 9 euro 11 euro sag mal haben die irgendwie ein paar dollar mehr und ich ja was sag mal was seid ihr denn alle für für leute ja jetzt mal eine butter bei die fische das ist ja ja wir brauchen noch jemanden für den verkauf also die können wir dann zur not halt echt nehmen komm wir geben der direkt 8 euro ein paar dollar mehr ja komm 10 euro klar aber sagen sie es nicht perfekt die wird eingestellt so wie war das denn nochmal genau so die macht da da kommt jetzt samstag frei weil die hatte ja mittwoch frei genau da macht die samstag frei ich würde sagen dann gehen wir direkt rein ich würde gerne mal was gucken die fassade würde ich gerne ändern ok perfekt ich würde halt gerne die fassade ändern ach so das ist das ne ich würde eigentlich sehr gerne meine dings ändern meine tür vorne egal wir gehen erstmal in den laden rein sonst hängen wir hier die ganze folge nur im büro und wir verdienen kein geld ich muss jetzt gleich nochmal drei regale stellen weil wir ja wieder was neues mit reingenommen haben lebensmittel lebensmittel ich glaube reiniger genau da nehmen wir aber dich ruhig moin alles fit genau die kann ich jetzt auch eben alle verkaufen packen wir da nämlich auch nochmal neue rein der hat nicht alles mitgenommen ich habe zu viel bestellt ich brauche eine zweite wie ihr seht ich brauche ja jetzt schon eine zweite das ist ja jenseits von gut und böse so ich habe nicht genug geld bitte was perfekt die kasse die rettet mir also gerade mein hintern also viel kann ich nicht auspacken weil wir kein geld haben ah der hat auch nicht alles geliefert nein kann er nicht nochmal kommen ich guck mal kurz lieferung anfordern lieferung ist da also gar nicht perfekt lieferung ist noch gar nicht da doch jetzt perfekt lebensmittel 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 reiniger stopp nein na egal pack mal hier den reiniger halt rein ist ja nicht so schlimm man merkt ich habe viel zu viel bestellt also ich weiß nicht was da los war bin ich ganz ehrlich was ich echt cool finde wäre wenn man angezeigt bekommen hätte noch irgendwo hier unten wo die ganzen abteile sind was man noch bestellen hätte also was man im lager hat weil so muss ich jetzt nach hinten gleich laufen um zu gucken was ich noch alles laden kann ich nehme jetzt hier mal eben auspacken da sind noch zwei reiniger das ding ist auch gleich wieder full klamotten kaffee 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 lebensmittel lebensmittel büchsen den kaffee weg 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 1 2 ok das geht nur 3 mal das das und das können wir gerne machen ich guck dann gleich wie viel war von den gläsern am 1 2 3 4 1 2 3 4 warte bevor die da was kauft ich muss das schnell im mindestbestelllager machen 10 und 12 euro genau so hier 10 und 12 euro das ist ja schon wieder jenseits von gut und böse sobald die angestellte morgen da ist die andere geht die im verkauf weil dann kann ich hier ein rohr einräumen die andere macht verkauf und also die johanna macht verkauf die sabrina war das glaube ich geht in den dann an die kasse das wäre halt das schlauste so hm ich glaube wir haben ein problem ich weiß nicht wie ich das sagen soll aber ich kann das doch reinpacken naja egal so auspacken machen wir hier mal schnell wie pause willst du mich natzen wie die nimmt pause jetzt habe ich ja hier ein komplettes problem das passt mir gar nicht Entschuldigung wenn ab und zu mein Stuhl quietscht also beziehungsweise was heißt Stuhl das ist eher ein alter Hocker der weil ja ich weiß auch nicht warum aber einen Stuhl hatte ich mir jetzt noch nicht geholt gab beziehungsweise ist kaputt gegangen und Not macht erfinderisch aber ich sehe auch gerade sobald die außer Pause ist muss ich echt hier den Laden auffüllen Perfekt die ist wieder da so muss das sein Ich will gleich wissen wieso ich die nicht im Mindestbestelllager drin hatte Hallo ihr seht doch das passt nicht Leute Mindestbestelllager 10 und 14 Euro Kann ich nicht geh weg Die Gurken gehen halt gut weg so salatig denke mal so Frischobst ist halt immer gut also so Gurken Tomaten und 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 Was habe ich jetzt noch hier drinnen Klamotten 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 ich muss schnell Klamotten machen Moin Klamotten So das passt Guck mal das Reiniger Zeug und so geht gut weg Ich habe noch Zeugenhosen habe ich muss mal gucken ob ich die Zeugenhosen gar nicht mit drin genommen habe Guck mal Schuhe und Hosen und Pullis Jungen Hey Can you help me So auspacken jetzt passt es genau erst mal hin Jetzt kann ich alles in Ruhe auspacken gut wir haben jetzt nicht viel verkauft bzw. Ich habe viel ausgegeben Vielleicht ändere ich nochmal die Öffnungszeiten Die Schuhe ich muss die Schuhe erhöhen also die Schuhe Preise Muss ich erhöhen Kost ist was es wolle Das kann ja nicht angehen dass die mir hier die Schuhe kaufen und es bleibt nichts hängen Jetzt gucke ich mal hier nach Genau dann ist hier halt so ein Reinigungsregal das ist halt auch nicht so dramatisch Der Kaffee geht auch gut weg Das ist perfekt Was ist hier Kaum flex geht mittlerweile auch gut weg Was ist hier Ich weiß gar nicht wo ich die anderen Tomaten habe deswegen werden die gleich einfach aussortiert Ich habe gedacht ich habe die bestellt Müssten hier theoretisch drin sein So jetzt gehe ich ins Büro also ins Lager und guck mal nach was wir noch drin haben Klopapier und Tomaten Achso da waren die Dings da waren die Beans Okay Büchsen Tomaten Jetzt weiß ich wo das Problem ist ich habe einfach die falsche Ware bestellt Ist nicht schlimm Zack zack Mindestbestelllager 10 10 Euro Das passt Die Schuhe wieder Jetzt ist halt nur noch das Klopapier was wir brauchen Okay Okay Das baue ich dann eben Lebensmittel Reiniger Ne Ich nehme das große direkt Mh mh So Lebensmittel Lebensmittel Reinigung Du Du Und du Jetzt verkaufe ich wieder Premium Toilettenpapier Achtet mal das backt voll durch Mh Gut das heißt von denen bleiben wieder 10 Und der Preis bleibt Klamotten Genau perfekt Jetzt ist theoretisch nur noch Klamotten Ja Klamotten Klamotten kann ich ja gucken Guck mal der Alu Merch geht auch gut weg Da kann ich den Preis auch nochmal erhöhen Tipptopp Was kostet der aktuell Da mache ich 35 Euro glatt Und 8 Weil der Alu Merch der geht ja immer gut weg Deswegen Kann man da den Preis auch mal gerne erhöhen Mach Feierabend Mh Es sieht jetzt aus als hätten wir nichts verdient aber wir müssen ja sagen wir haben ja hier nochmal ein zwei Sachen gekauft deswegen Sieht das aus als hätten wir jetzt nichts verdient aber Ja wir haben schon eigentlich ordentlich gut Geld verdient Kommen wir das Klopapier geht auch gut weg Was fehlt da Da fehlt glaubt die Jacke Kann ich denn da noch was rein nehmen Ne Aber gut das heißt dann gehen wir auch ins Büro Ja 1400 ist okay Ich würde sagen das war es heute mit dieser Folge wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch gerne ein Abo und einen Daumen da Ich mache jetzt nur eben hier den Verkauf Freue mich wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal Dann